Jo, mein Lieben, zum Schauwaule mit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute einfach mal ganz entspannt Minecraft Jump Leach und wir haben das ja schon das letzte Mal vor ein paar Wochen gespielt, eins, zwei und ich hoffe jetzt mal, das hier ist keine schwierige Map, denn ich habe über... Ey, das war jetzt einfach wieder so ein richtiger Dummkopf-Moment von mir Die Map, die kenne ich, also boah, eine Charming-Table, das ist übel praktisch Also ich glaube, man muss hier, so, und dann hier nochmal, und dann hier um die Ecke, und dann hier nochmal um die Ecke Und dann zack, Alter, und dann well done, Alter, zack, Survival Games Profi, Leute Und zwar, Leute, ich spiele einfach Jump Leach und ich finde, zu Jump Leach kann man immer mal eigentlich ganz gut reden Wenn man gerade nicht schlecht spielt, kann man immer ein bisschen ganz gut reden, finde ich eigentlich, von dem her Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie euch die jetzige Situation so gefällt Also ich mache ja einen Daily Upload Also das bespricht jeden Tag ein Video Obwohl, Leute, ich Schule habe Jeden Tag stehe ich um 6 Uhr auf, um in die Schule zu gehen Vergiss das mal nicht, okay? Nicht viele machen das zum Beispiel Es gibt viele YouTuber, die machen zum Beispiel ihre Schule Und die konzentrieren sich da so voll drauf Und ich mache so ein Mittelding, wisst ihr, Leute? Und da ich in der Schule ja sowieso eigentlich nicht so der Schlechteste bin Also ich kann viele Sachen und wenn ich mich zum Beispiel anstrenge Und wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich es auch erreichen, so von dem her Aber, Alter, es ist jetzt wieder so ein richtiges, richtiges, blödes Level Was einfach, was du so in einem Rush irgendwie durchmachen musst Ey Hä? Muss ich jetzt von hier, ich check's nicht, Leute Wo muss ich denn da her, Modul einfach Es wäre schön, wenn ihr nicht solche blöden Sprünge reinpacken würdet Weil ich verstehe nur nicht, wie ich von, also, wie ich da jetzt hinkommen soll Gibt's hier noch irgendwie so einen anderen Special-Weg? Also bin ich gerade ein bisschen dumm oder ist es einfach so? Weil, gibt's hier noch einen anderen Special-Weg, Leute? Und wie gesagt, Leute Jeden Tag Also, LOL, voll der komische Themawechsel Jeden Tag ein Video Und ich will das auch eine Zeit lang durchziehen Und ich finde das ultra nice Ich hab allein in den letzten Ähm, in den letzten, wie heißt das? In den letzten, wow In den letzten 30 Tagen Um die Also in den letzten 28 Tagen So wertet das YouTube immer eigentlich richtig komisch Aber ich hab in den letzten 28 Tagen Um die 700 Klicks gemacht Und das finde ich ultra, ultra, ultra nice Und Wow, Alter, in Normalfall schafft man solche Sprünge nicht Weil du da immer ein bisschen Anlauf brauchst Alter, Leute Wow Ja, Alter Modul 4 Hauptsache Die, die, die Meisten der Leute sind einfach schon lang viel weiter Aber ich bin nicht so So gut in Jump'n'Run Ich bin eher Ich bin auch nicht so der krasse PvP-Spieler Ich bin so ein So ein Mittelding Ich kann das Ich kann mal das Und dann kann ich das nicht Aber trotzdem Wow Ja, das war's dann wieder komplett Ich, was ich ein bisschen blöd finde Ist, dass die Dass man auch so Checkpoints In den Modulen drin machen sollte Also Ich find das nice Leute, ich schweife halt die ganze Zeit wieder vom Thema ab Und zwar Daily Upload, Leute Ich hab in den letzten 28 Tagen Einfach extrem Also für meine Verhältnis Stark viele Also stark viele Sagt man das? Ich weiß nicht Also gut viele Abos Und gut viele Klicks gemacht Also in den letzten 28 Tagen 600 Klicks Oder 700 Also mittlerweile sind es wahrscheinlich 700 Nach dem Video Aber ich find das richtig schön Ich weiß, dass es manche Leute Oder halt Die meisten YouTuber Oder Minecraft YouTuber Auch schon auf Ein Video machen Aber für mich Für mich ist das einfach Ein schöner Erfolg Zu wissen Dass ich einfach Dass mein Video Einfach Im Durchschnitt Also im Monat 700 Mal Angeguckt wird Oder meine Videos Insgesamt Besser gesagt Insgesamt Und ich find das halt einfach Mega nice Wow Ey Ach lol Okay Das ist Gar nicht so schwer gewesen Hä Na Ich spring komplett durch Das war's dann wieder komplett Was steht da? Normal Also bei Gome Heißt wieder normal Das ist wieder was anderes Und Und kommen wir wieder Zum Thema zurück Hä Was hab ich denn jetzt wieder gesagt? Ich hab's mir vergessen Und kommen wir jetzt mal Wieder zum Thema zurück Für mich Es ist ein Oha Jetzt hör aber mal auf hier Ich spring Für mich Ist es ein extremer Erfolg Einfach zu wissen Dass mein Video Im Monat 700 Mal geklickt wird Und ich hab einfach in den letzten 28 Tagen Um die 8 Abos Oder so Dazu bekommen Ich war eine Zeit lang Eine Zeit lang War ich echt Nur auf Wie heißt es Auf der 130 Ich glaub seit Seit 2 Monaten Nach meinem 100 Abonnenten War ich die ganze Zeit auf 130 Dann bin ich auf 128 Runter Und seit diesem Monat Leute Steigt's wieder Steigt's wieder Und das finde ich einfach Richtig schön Denn mittlerweile Sind wir schon bei 136 Abonnenten Und das finde ich einfach Richtig schön Leute Und ich weiß nicht Ob ich zu den 150 Was machen soll Wahrscheinlich Verlose ich einfach PSN PSF Oder sonstiges Alter Leute Ich geh mal mit hier Und ich weiß noch nicht Oha Ja genau Alter Er hat einfach Ein Ziel Das Ziel erreicht Wahrscheinlich Verlose ich da Irgendetwas Ich weiß nicht Schreibt's in die Kommentare Was ihr wollt Leute Was ich noch fragen wollte Ist Wie fandet ihr eigentlich Das 3 Jahre YouTube Special Da ich 3 Jahre YouTube schon mache Besser gesagt Ja 3 Jahre YouTube Heute Also das erste Video Hatte ich am Ding gemacht Oha Ey Ey Yo Wie er kein Knockback kriegt Alter Was ist das denn für einer Okay Leute Wir sind schlechter Equipped als alle anderen Mein Ping Meint wieder Komplett verrückt zu spielen Und hinter mir Sind die Aber die fighten Soweit ich weiß Sackgasse Nein Nein Es ist keine Ja Alter Zack Boom Bang 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 Nein Das war mein Kill Mein Kill Mann Lol Fliege Ich fliege Alter Ja Jetzt muss ich wie so ein Pro in die Kurve reingehen Ich laufe weiter Ich laufe weiter Ich gehe wie ein Pro in die nächste Kurve rein Alter Ich laufe weiter Ich gehe wie ein Pro Okay Ich hör auf Ich gehe wie ein Pro in die nächste Kurve So Oh Gott Alter Ich werde hier ja verfolgt Okay Wow 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 Okay Alter Das war es wieder komplett Leute Und das soll es einfach von Jump Leach gewesen sein Leute keine Angst es kommt bald wieder was mit jemand anderem Ich weiß es ist viel beliebter wenn Videos mit anderen Leuten kommen Und deswegen werde ich auch mehr Videos mit anderen Leuten hochladen Ich versuche im Moment neue Kontakte mit anderen YouTuber zu knüpfen Und wenn das möglich ist dann Und hau ich wieder neue Videos für euch raus Beziehungsweise wir sehen uns ja morgen sowieso wieder Und dann würde ich einfach mal sagen Das soll es für ein Video gewesen sein Wenn es euch gefallen hat Dann zeigt es mir mit einer Bewertung Und dann würde ich einfach mal sagen Haut rein Macht's gut Und Auf Wiedersehen